hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu cityfischen ja und ich bin noch nicht alleine mit dabei hört schon wieder der onkel grüß dich ja halli hallo ja und der kratzi der crazy freak ich komme da nicht drauf klar bei rwano geht es immer so ganz ganz so hallo jetzt habe ich bei der diablo jetzt habe ich bei der diablo mal reingeguckt am anfang die jahr abgabe er mit dem hier er ist es läuft ja oder ich will bitte leben ja kriegst du wieder kommentare du bist ein hundekiller und da seht das die freunde schießen auf ratten heute schreien richtig ich sage ja der hat übelstes organ der hund liegt hier rum mit dem lösung keine ahnung der war müde ja ja blei gefüllter hund ja erzähl mal was wir gehen uns gerade zum kopf gehen michelle mason sie hat gesagt da ist ein fenster ist eine killerin vielleicht nicht mehr oh ich hab die lampe ausgemacht das licht ausgemacht da ist eine puppe ne da sieht irgendwie sieht die gefährlich aus die puppe gefällt mir nicht da oben im fenster ist diese puppe aus wie so einem horrorfilm hast du schon gesehen hier komm her das ist ein hase man nein nein das ist ein killerpuppe komm mal her wo bist du von hier da ins fenster ich schieß mal dahin und da rechts das kleine ding ist voll die killerpuppe ach da eben übel ne richtige killerpuppe was der alles sieht naja offen wie ein lochster die hat mir angeguckt die killerpuppe oh gott hier ist leicht zwei bis vier leicht ok sind wir hier richtig oh gott hier ist leicht oh mein gott ich wills nicht leicht haben ich wills immer schwer haben Achtung die ist verletzt ich scan sie erste hilfepaket in den arsch gedrückt er betet von uns du sollst sie doch scannen du sollst ja nur die klamotten abnehmen was hast du bekommen was grau ist irgendwas schlechtes habe ich nicht geguckt nix besonderes alles was nicht blau ist ist nix besonderes aha alles was blau ist ist nix besonderes bist du bescheuert nein alles was was nicht blau ist ist nichts besonderes Achtung Gegner das ist richtig das benötze ich auch schon lange nicht mehr alter hast du gern da war körper gesehen wie der grad ein salto gemacht hat übel ich muss äh laden da war körper das war fantastisch so die sind ja hier ja im geschäft drin muss irgendwie hier laden alter wo ist der penner versteckt sich hier in den blumen der sack ist gleich vorbei ich hab glaub ich dir am rücken geballert ausgesehen das ist wahnsinn warum hast du ein delay der crazy der hat ein delay die 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 die.de hier auf jeden fall weil die kürchen vielleicht hat die einer offengelassen sie waren trotzdem nicht grazie wo bist du doch ach leute holt die harten geschütze raus genauso mit dem weg mit dem oder nebel sieht jetzt aber geil aus der nabel das sieht richtig gut aus ich bin geblendet weil oben noch welche sind der ist oben komme nennen sich gegner ja ja von der bridge kommen die runter diese misskerle diese misskerle latsch so eiskalt genießen weg ist snipert doch alle erst mal über die tasten locker aber solange man gespielt hat vergisst man voll tasten das ist ja ja ich habe das hier eigentlich relativ drinnen also bei der division geht es eigentlich ach du hast eigentlich geübt hier bei den dings oder so bei jetzt wenn ich jetzt watchdogs oder so spielen würde das glaube ich schlimmer glaube ich also bei so bei so action adventure als ja oder ufc da wäre es glaube ich ja gut wo jetzt ufc geht eigentlich weil das eigentlich relativ easy ich hatte freudige probleme von ufc auf wwe boah ja du ihr also seid ihr jetzt echt doof oder was denn ihr redet von der vision geht zu watchdogs alles und dann geht auf einmal zu ufc aber das ist natürlich ganz normale steuerung ist alles gleich aber wenn du von von ufc zu wrestling gehst oder zu ww geht dann ist es eine komplett andere steuerung hat es spielt sich doch auch ganz anders er kommt ja mal da hinten oder was ey ich seid voll überladen ne ganz anders schauen warum rennst du so langsam weil ich nicht renne weil ich normal gehe so das ist das hier ne einfach bist du gestorben am sprinten ach hier müssen wir ihn lass den mal ruhig liegen am boden ist michael das ist ein eierster leutnant michael 2 leutnant neutralisieren achso wir müssen die leutnant äh leutnant boah geil kriege weihnachtsstimmung hier leutnant wie auch immer oh tschuldigung aber ich finde vielleicht die hätten sogar achtung das sind gegner so jetzt mal ein bisschen vorsichtiger machen bei einer mission oder so also ähm deckung seid ihr alle in deckung habt ihr alle schussfeld wollen wir hier okay ich schaue die waffe rein los geht's da hat er da war da war da sind gelber was ich hoffe wir haben auch ein geschossen er geht in einem unterbauen da war irgendeiner mit einer granate auf dem kopf oder macht nix er das sind geschenke unter Weihnachtsbaum hier unterm Brunnen will einer ein geschenk ich habe mir eine Waffe hochgejagt also meine er hat seine Waffe hochgejagt ja hab ich hier ist eine Auffüllkiste irgendwo rum wo? wie warum? weil da ein Endgegner ist hier ist eine Auffüllkiste warum? 265 Schuss habe ich rausgeballert in zwei Minuten alter hier ist auch was guck mal das ist so wie der Vision ist ein Shooter warum? hier aber ich bin voll ja ich auch und Quasi hat keine Lust ja ich will doch auf euch warten ja ist richtig ist richtig so ok warte ich kann ich die Waffe warte ich geh mal auf die andere Seite ich geh mal hier rüber ja warte ich zücke die Waffe im Moment ey warte doch mal wer ballert denn hier schon wieder los? ich hab nicht gemacht ach wir waren nur wieder ich hab nicht geschossen alles gut ich hab mich verdrückt alles ist alles noch normal ich hab noch nicht gezündet ja er der Qua Onkel jetzt ach jetzt soll ich die ich bin überhaupt nicht losgerannt klar bist du losgerannt habt ihr das gesehen auch gerettet vorher ihr habt sogar auf Video nein ich bin nicht vorgemacht ich bin nicht vorgerannt ich hab mal ich musste bloß zielen meine Waffe die da musste ich näher rangehen alter was ist denn hier kaputt? ja super ich guck hier voll auf die Frise gerade ja was gut die Gegner haben uns gesehen die Bastarde müssen hier weg die Bastarde müssen hier weg die Bastarde müssen hier weg dann hab ich meine scheiß MG auch noch in den verfickten Brunnen geschmissen ach der Dicke ist genau bei uns ne genau neben die Revan links neben dir boah meine Waffe verzieht aber echt gute tot boah den haben wir zerlincht mp7 hab ich bekommen mega nice mhm 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 mp7 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 Achtung, die haben eine Kanone, eine verdammte. Wenn der gesagt hat, die haben, wenn der Gegner gesagt hat, die haben eine verdammte Kanone, dann wird es wohl so sein, dass wir eine verdammte Kanone haben. Ja, nein. Du, der oder die hockt da oben. Sniper. Ja, wir haben gute Waffen. Was? Und da hoch? Ah, hier geht's hoch. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, hier bewegt sich. Doch, die Michelle Manson. Da oben ist er. Dies voll verwirrt ist die Alte. Ja, kein Problem. Ja, ja, wir haben nur Alvaro. Ja, hier oben ist Deckung. Da oben ist Deckung. Da oben ist Deckung. Oh, oh. Ah, Lidlwood. Habt das aus dem Leben gebracht? Ja, das macht nicht, stimmt. War gleich. Wo ist die gute Braut? Die geht immer weiter weg, die Alte. Ja, weil sie Angst hat. Ja, weiter weg kann sie aber nicht. Gut. Und da ist sie tot. Und das war jetzt die gefährlichste Kopfgeldjägerin. Oh, prima. Ich hoffe, du hast keine Blutzecken auf der Ausrüstung. Die kriegt man nur ganz schwer wieder raus. So, mach das mal alleine, ne? Na, stimmt schon. Mit unseren Killer-Mutanten-Waffen. Waffenteile. Hey, die werden auch öffnen. Waffenteile. Alle Waffenteile. Zwölf Objekte hab ich bekommen. Leck. 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 Kiste, 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 Kiste. Mhmm. Ja, aber kein ordentliches Loot jetzt gekriegt von dir Olden. Na doch, die hat was. Ich hab nichts. Ich hab Muni gekriegt. Wow. So, okay. Warte mal. Ich würd sagen, ab Level 14 oder so. Dann hör ich auf, mit Waffen zu liegen. Ich würd sagen noch ein paar Level, oder ab Level 12 oder irgendwie so. Hab keine Ahnung. Oder verkauf ich lieber? Neue Objekte? Ich verkauf auch lieber. Okay, ich habe alles begutachtet, belutscht und jetzt geht es weiter. Begupscht, beklupscht habe ich es. Okay, welche Mission? War ja eine coole Mission, so Kopfgeld hat gefallen mir. Die alte, der ist mal weggeballert, ey. Ich guck grad mal mein Inventar an, was ich alles so hab. Ich hab vielleicht was besseres hab, ne. Ich hab zwölf neue Sachen bekommen, aber alles... Naja... Nicht so toll. Was hast du bekommen? Irgendwas, zwölf neue Sachen, aber alles... Rotz. Alles Rotz. Ja, meiner freut sich. Ja, weil meiner Klatsch gerade, weil er so viele Sachen bekommen hat. Und ich hab auch nur Rotze bekommen. Kannste alles wegschmeißen. Aber egal, ich verkauf den Scheiß und was soll ich machen mit dem Geld? Achtung Crazy, der Onkel ist abgehauen. Komm, stell hinterher. Was du machen sollst du im Geld? Ja. Nee, ja, da werd ich mir neufach kaufen. Wie wär's mit Waffen kaufen? Mhm. Man Rüstung. Ist jetzt nur, ist nur ein Vorschlag. Ja. Denn ich bau mir eine, ne ganz gute. Bauen ist... Halt, stopp. Halt, stopp. Ähm... Was hast du denn? Karte. Achtung, Karte. Halt, stopp. Warte, wir machen erstmal das hier, komm. Scheiß drauf. Wir stehen zwar neben der Mission, aber... Das kommt neben mir. So, Ruhe. Es ist einfach furchtbar. Wir sollten eigentlich gestern eine Lieferung Medikamente erhalten. Aber die sind verschwunden. Denk nur an die kranken Menschen, die darauf angewiesen sind. Könntest du wohl danach suchen? Klar, es ist wie Ostereier suchen. JTF-Angriff. Ah, okay. Haben wir das wieder. Mit dem JTF-Vogel. Wo pisst du denn? Ja, ihr seid falsch rumgelaufen. Nee, die Mission ist hier. Ich hab doch extra nicht die nahe Mission genommen. Da steht Rettung Private O'Brien. Der wird sogar angezeigt. Wollen wir ihn retten? Wollen wir ihn retten? Wir sind den Pfeil langgelatscht. Nein. Nachschublieferung. Naja, Schelzi, ne? Achso, ich dachte, ihr habt jetzt... Ich hab nämlich extra die nahe Mission nicht genommen. Ne, wir sind den Pfeil langgelatscht und dann sind wir halt da... Ja, langgekommen. Ja, ja, ich weiß schon. Deswegen bin ich in die andere Richtung gelaufen. Egal. Du darfst hinter mir hinterherlatschen, Herr Ravano. Hinter mir, hinter mir, hinterm. Ich luf. Du hast grad einen liegen lassen. Lass ihn doch liegen. Die arme Sau. Ah, ich find das Klima sieht schon geil aus, ne? Das Feeling so, wenn du hier durch rennst. Oh Gott. Hi Onkel. Nachschublieferung. Wir haben uns direkt gedruckt. Da stand einer. Ja. Ja, Quatsch. Hu. Lalalalala. 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 Ne, irgendwie gar keinen. Tod. Weil die alle hinter irgendwelcher schwulen Deckung stehen. Meinung, eintreibende Gegner. Müssen wir wieder verteidigen hier den Kack. Alter. Die Waffe macht einen Schaden, ey. Da sind die Medikamente drin, ne? Okay, wir müssen hier auf der anderen Seite rüber. Nachschublieferung. Bisschen rüber. Mh. 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 Da hinten sind sie. Ey, die beschießen auf unsere Ware. Sind die krank? Ja, muss schnell hin. So, ich war im Arsch. Mh. 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 bei einem geilen Schalldämpfer Boah, Nirwano geht er weg, Alter. Du wirst von allem sehr beschissen. Der läuft immer direkt in die Schussbahn, ne? Der ist schwer beeindruckt, wie du die Medizin-Lieferung gesichert hast. Ich werde gleich immer hier erzählen, wenn ich ihn sehe. Das wird ihm gefallen. Die sind alle sehr schwer beeindruckt von uns. Ja, wir sind doch die Besten. Ah, da sind die Grünen schon. Da kommen sie. Die Grünen, die kommen immer, ne? Immer zu spät, wenn wir schon fertig sind mit allem. Stehen wir schon an der Straßenecke. Ey, die schießen doch. Warten mal. Komm, wir warten. Und kommen sie weg, kommen die alle angeraten. Yeah, wir kommen. Verstärkung, ey. Korrekt. Ich lasse das mal so stehen. Faulenzer, die... Ach so, Karte. Achtung, Karte. Ja. Wir sind voll gut, ey. Wir sind voll die Abschließer. Mach mal irgendwas mit Punkten, wo wir auch nur 30, 60 Punkte kriegen. Halt's Maul! Was? Ein paar sehr nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten. Sie haben... Oh, Geiselrettung. Okay. Ich schicke dir die Koordinaten. Ey, hör doch mal auf, um alles zu verquatschen, ey. Das wär mir echt super lieb. Blüm. Ich hab' gesagt, Geiselrettung. Ja, du sollst dich alles verquatschen. Mehr hab' mir nicht gesagt. Ey, der hat Ratten in der Hand, ew. Da kommen sie. Alter. Zieh die Waffe, mega, mega, mega. Hier ist, äh, Dings. Bauteile. Blech... Blech... Blechzeug. Ja. Oder so. Ja, ihr seid schon in einer Kiste vorbei gerannt. Ach, wenn ich neben dir stehe, nehm' ich's automatisch mit auf. Aber wenn nicht, dann... Werkzeug. Ah. Okay, so ist das jetzt. Also du musst direkt daneben stehen, dann nimmst du direkt mit auf. Sonst, äh, nicht. Hm. Da eine Ecke ist noch eine Kiste. Oh, blaues Werkzeug ist da eine Ecke. Da müsst ihr euch mitnehmen. Bei dir ist es blau. Das kannst du dir tausend mal erklären, ne? Und doch geht nicht, Herr Loot. Ja, kann ja sein, dass ihr auch was Blaues kriegt. Nein, 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 nein. Vielleicht erklärt's dir einer von den Abonnenten mal in den Kommentaren. Egal, ich hab' auf jeden Fall blaues Werkzeug bekommen. Hier hinten ist man lang crazy. Wissen wir? Ja. Der Pfeil ist hier. Nee, ist er nicht. Da, da wo der Onkel ist, muss man hin. Da tut er nicht. Wissen wir das? Er klettert wieder über das Ding drüber. Mega nice. Guck mal hier, der Cop von uns. Der wurde erschossen im Auto. Mega nice. Mega nice. Mega übel. Halt, stopp, hier ist ein Telefon irgendwo, äh. Telefon. Echt? Wo? Wer hat's doch grad'n Telefon angezeigt. Auf der Seite? Hier, ähm. Im Gebäude drinnen. Oben. Komm mal nicht rein. Kannst, geht nicht rein. Ja, weil da ist ein Pfeil nach oben. Da kommen wir noch nicht hin. Das wird wahrscheinlich Teil der Mission sein. Irgendeiner. Okay. Das ist doch alles scheiße. Das ist alles scheiße, sagt's ja. Hier ist auch noch was zum Sammeln. Und zwar? Mh. Da. Zwar. Ah, korrekt. Stoff. Mega geil. Holen wir uns mal eben alles raus hier. Stoff, Drogen. So, liebe Freunde. Und ehe wir zur nächsten Mission gehen, würde ich sagen, treffen wir uns hier auf der Straße und machen erstmal hier wieder den Part zu Ende. Stoff hab ich mir eben noch reingeschossen hier. Ich hab mir auch den Stoff reingepfiffen. Reingepfiffen. Jetzt geht's mir gleich viel besser hier. London Terrace steht da oben. Terrasse. Wir sind aber woanders. Ich glaub wir sind in Chicago hab ich mal gehört. Nee, New York. So rum. Hallo. Hallo. Ich guck den Onkel an. Hallo. Hallo. Einmal rangesoomt. Schau mal in sein Gesicht. Du schau doch mal in sein Gesicht. Achso, ja. Was ist jetzt Rivano? Ja, ist es. Ich dachte ihr wollt noch was sagen. Ja, liebe Freunde. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Gamer Shack LP auf dem Kanal vorbei. Viele, viele Projekte laufen da. Genauso wie bei Crazy Freak und bei mir Rivano. Und dann würde ich sagen, freu mich von morgen wieder zur nächsten Folge. Und ihr habt mich aus dem Konzept gebracht hier mit euren rumgeballert. Hehehe. Ich hab auf den Reifen geschossen. Bis dann. Ciao. Tschuuu. Yeah. Ja. 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 Ja.